Ich bin rechts, ich fokuss zusammen Ab 1 Rechts auf dem Berg sind 3 Stunden Ab jetzt mit Assault rein Ich kann den nicht halten Da, komm Ja, passt schon Wir haben das Ding Pony, einer auf dem Sniper da Hier rechts ist noch einer, gott ja Wir sind blau Bis wir es auf Charlie, bis wir es auf Charlie Fail Sehr gut, Pony Kannst du was gegen die Cruise machen? Lauft mal Richtung See, bitte, Jungs Bleibt hier Sie waren so spät? Nee, das ist noch weiter, gell? Ich bin hier hoch Cooles Missile kommt auf Delta Cooles Missile kommt auf Delta Ich bin B drauf und C Klagebericht, Flug Sehr gut Ich schau mich ein bisschen um Tabor über Bravo, Delta ist die Ich hab die Gegner aus dem Haley Ja Ich hab die Gegner aus dem Haley Ja Endtrack bei Echo Unter der Brücke Unter der Brücke Unter der Brücke bei Echo Meine Position, Endtrack Revivest Liste Ja Jemand anderes hat dich revivet Aber ich geb dir noch restlich Medic Ja, danke Tabor, dann HIT Oh, Echo, 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 Echo Ich hab schon mal direkt geschossen Sollen wir rein bei Echo? Ja Gut Verlegen Ich gehe von euch aus gesehen auf die rechte Seite, da ist irgendwas Ja, das ist der Endtrack Auf der anderen Seite meine Zeig, bei mir rein Ich hab mich verlegt, ich bin sofort bei dir Ja, wartet auf Zeig, kannst du hier rein Ja Ich ziehe das Breakout, brauche ich Hilfe Nein Besser wärs Einer weg Wir machen bei ASU Allout Geht durch, die Kapazitäten, wir bleiben bei A Geht durch 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 Wendark hier leben. Wendark ist down. Endrak ist down. Sehr gut. Okay, schnappt euch den M-Rap und fahrt direkt. Ich geh bei B raus. Da spawnen immer noch Leute, irgendwie bei Echo. Charlie, Brau, wird gezogen. Rückkehr wieder. Alex, wir müssen Echo halten jetzt. Ich glaube, das schaffen wir. Wir halten Echo. Auf dem Starbatter haben wir Infanterie. Ich brauche nur Muni, Renter, Kokos. Jupp. Ich schick die Echo. LRV schaut zu uns. Ja, LRV auf der Bucht, ja. Wir sind dabei. Nein. Kokos, du nimmst den Raketen, der verschießt auf ihn. Ich arrive dich, wenn es dich hat. Echt? Ja. Ja, du siehst so. Und dann Hit. Sehr gut gemacht. Weißt du mal so ein Ding hoch. Zweiter Hit. Sehr gut, sehr gut. Apo bei Bravo. Ein Impact. Einer ist direkt bei eurer Nase. Ah. Scheiße. Auf unserer Leichen. Einer ist noch bei der Brücke und geht als Eins von. Ich weiß nicht, kommt ihn. Ab und auf der Rückseite. Ab und auf der Rückseite. Wo soll ich nicht hinkommen? Komm jetzt Brot auf euch zugefahren. Fährt links. Bei mir spawnen. Brot für Echo. Raus. Soll ich mich verlegen? Ab und auf der Rückseite. Unter der Brücke jemand. Da kommen jetzt richtig viele ganze Squad. Pony, hält fest mal bei Alpha oder sein Neu Echoes. Hendrix. Verledigt. Da ist noch einer. Da kommt einer. Ja, da. Sehr gut. So, ich will jetzt gern mal zu Delta fahren. Rechtsaußen? Rechtsaußen, ja. Okay. Da ist mit rechtsaußen. Da ist noch vor mir, nicht bei dem Hügel. Bei uns. Ich hab einen. Zu Echo kommt im Auto. Zu Echo kommt im Auto. Alle. Einer geht die Brücke hoch. Feier Echo. Einer geht die Brücke hoch. LRV ist auch passiert. Ich ziehe. Ich brauche Hilfe hier bei Echo. Komm runter. Verlieren Echo. Echo. Ja, schlag nur einmal bitte. Die haben uns dort fliegen. Ich helfe nichts. Little Bird fliegt auf Echo. Ich probiere mir den Tank zu holen. Der Echo steht mit Spawn wegen. Oh, zwei Helis. Die haben zwei Little Birds. Nice. Die haben zwei Little Birds? Die haben zwei Little Birds? Little Bird ist ein bisschen laut worden. Nein, die haben unseren Little Bird geholt. Auf Finger. Auf Finger. Auf Finger. Ich bitte darum, dass der Little Bird runter geholt wird. Nein, die sind überall. Unter der Brücke und auf der Brücke. Alles voll. Okay. Okay. Ja. Ja. Kann mal einer lassen. Wir sind oben auf dem Wunder. Wir laden den Colli. Abspringen auf 10. Die müssen mehr sein. Ganz recht. Ja, ist ein Little Bird bei dem in der Base. Den werden wir wahrscheinlich nicht zurückfliegen. Okay. Ich verleg die. Das ist nichts. Wir holen trotzdem. Ich verliere nach ohne. Ich verliere nach ohne. Ich verliere nach ohne. Ja, aber Echo ziehen sie bald drauf. Mein Ziel ist es A zu holen mit meinem Team. Irgendwann. Ich bin so viele Kapazitäten mit. Ich bin so viele. Ja. Ich ziehe jetzt beide rein. Ich geh rechts hinten rum. Ich muss mir jetzt... Unter der Brücke. Du hast ihn. Kuré, ich geb dir noch 5 Minuten für deine Aktion. Du hast ihn. Okay, überseite Leute. Ja. Wir gammeln hier auf dem Dach um. Leute, nicht auf dem Dach rumgammeln Ja, warte mal, warte mal Ich hab Gott den Heli einen Mobilitätskit gegeben Wie sieht's aus, wollen wir tatsächlich eh was haben? Guck mal, wie's da abgeht Ich würde gern zu Alpha, weil man's, wo ist mein Squad? Wir müssen jetzt, wir müssen bei Echo sein Der ist, höchst mal, komm mal an den Momentan Kommen wir irgendwie, Kugel, bei dir in Squad rein, schnell? Deshalb die Frage, sollen wir's wegmessern? Wissen wir immer nicht ab? Ich weck zum Mars Ich squad bis sofort Das ist Squad Alpha Kannst du einen kicken, dann komm schnell rein Okay, wir bleiben hier Ihr kickt, komm rein, und bei mir ist Born Links geht einer rum Ich brauch nen Heli-Kit, das sagst du nicht Über uns Verlegt euch mal bitte alle, ich komm gleich bei euch Für euch als Born Ich bin schon tot Render geht wieder raus, oder? Wobei wir jetzt Alpha haben, gell? Ah ne, Alpha geht weg Ich versuche halt der Echo Seid ihr spawnbereit? Ich bin tot, ich bin spawnbereit Wir sind alle spawnbereit Bin drin Alle rein, alle rein Ja Ja Ja, das sieht gut aus, ich hab hier Spaß Little Bird bei A Wir sind mit 5 Mann im Flag Range Der 3 bei mir Die springen ab, auch oben Da ist ein Jeep bei Bravo Jeep bei Bravo Oh, mir ist noch weggerandet Ich sag, schau rechts Ich sag, schau, 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 rechts Raptor, das Bornbegin legen Am besten in dem Haus rechts legen Oh, fuck, 3 Stück Da, wo auf dem wehen Stopp, wo ich bin Helfer, welche? Du bist du? Kommst HBG Tag HBG Tag HBG Tag HBG Tag HBG Tag HBG Tag Da unten HBG Tag Abwehr Kein Wunder, dass ihr mich nicht gehört habt Ja, ist Abwehr Abwehr Welches Haus meinst du denn heute? Das draußen, rechts neben mir Ja, rechts, rechts Aus welcher Sicht? Da gibt es nur ein Haus Das rechts Mir gefällt aber trotzdem nicht Dass da so eine LLW vor unserer Welt rumfährt Wo kommst du denn noch? Beziehungsweise 2 Jaa, ich hab's da weggeschossen. Scheiße, ich jetzt. Da kriegen wir Monitionsabwurf auf Alpha BD. So, gib Feedback. Hey. Hey. In fact. Jaa. Ich gehe einfach nicht mehr her, kümmert euch nicht mehr. Ja, ich bin joinbar. Alles spawnbar. Matze, bist du noch woanders oder bist du wieder bei Bravo? Bei mir. Bei Exit. Ich bin Bravo, Tami. Sehr gut, Redcar. Da irgendwo rein. Such dir ein schönes Päckchen aus. Holt euch das Kampfboot, holt euch das Kampfboot. B und C ziehen. Bei Bravo. Ja, ich wechsel mal. Die gehen ja nicht mehr auf. Okay, wir wechseln jetzt. Redcar besetzt uns. Wir wechseln auf C. Ich schwimme. Ja, schwimm ich doch, Aldo. Ja, Kugel ist jetzt bei Alpha. Ich bin bei Charlie. Erstmal reinmachen. Ich geh mit auf Charlie. Dann verlegt euch mal schnell. Ich bin schon bei Charlie. Wie sind wir? Die haben hier einen Swamp-Beg. Wir sind vor A. Ach, der steht doch hinten. Soll es bei mir oder bei Alex sein. Bei mir sozusagen. Du bist dann wieder rein. Chris Missell kann. 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 Du musst dann mit Charlie weg. Ich hoffe, man ist so guter Leben hier. Ich hoffe es auch. Chris Missell, bravo! Ja bravo In fact, wie bist du gestorben? Von unten hat sich jemand gefehlt Glaube ich zumindest Ich weiß nicht wer bei Charlie ist, bei Echo ist, aber dahinter steht immer nur ein Spawnbeet in Richtung unserer Welt Ja stimmt Keine Muni mehr Kokos, wo bist du? Pio Bitte? Ich bin Pio Ah scheiße Dem kann man an die Hemisärgern Spawnbeetern da unten Wo unten? Ähm, außen nach A Okay, ich hab keine Muni mehr Hey, die sind auch auf dem Dach von Alpha Einen hab ich Spawn Okay, Spawnbeetern hab ich weg Alpha da unten, die springen ab Ach der ist feindlich Oh die hätten auf Charlie direkt auf der Flagge sind, ungefähr 4 Gegner 5 Okay, wir gehen da jetzt hin Ab 1, ab 2 Ab 1 von da Kokos bitte bei mir rein als Support Ich bin bei Charlie im Black Range Ich bin bei Charlie im Black Range Von wo bist du gekillt, Ren? Keine Ahnung Renner, bist du bitte gestorben Ich bin bei mir hoch runter, hoch runter fahren, was ist tot Ich bin von Ich bin von Wie bist du gestorben, Infekt? Von rechts Bitte sagen, dass da einer kommt Von oben war irgendwas mit Vollschirm, haben wir auch nicht gesehen, ob das Freund oder Feind war Ja Oh Oh Okay Wir versuchen jetzt C mitzuziehen Ja Und danach gehen wir auf B Danach gehen wir auf E Richtig Richtig Missile Ja Das ist sehr gut Bitte da lassen Little Bird Über C Tagebricht Flo, 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 Flo Den hat sich jemand geschnappt Mega Auge bei A und Riesenspaß bei A Und ein richtig cool ending Kannst du mir richtig vorstellen, wie er das gerade in Teamspeak feiert? Kugel Okay Auf B Bhaber B haben wir Die kommen von A B haben wir auch Ja Bleibt uns nicht viel anderes übrig, oder? Ich schnapp mir das Kampfboot Boah, bitte, 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 ich bin das Kampfboot Kampfboot bei Bravo frei Ja Ja Ich nehm mir ein Ripple Ja Ja, ich hab das Kampfboot Äh, Richtung Sniper da Orientieren Okay, bei mir Anima Todas Reim Gerne mit Ripple Die haben Richtung Echo und Spawn aufgestellt Ich bin gerade LAB auf Echo Wo bist du Pony? Wo bist du Pony? Ich hab das Kampfboot rechts außen LAB wird gezogen Alles gut Ich bin gar nicht zu Pockerkrolle Oder ein Zwei LABs auf Echo Hast du deinen Heli wieder Pony? Ja, ja, ich bin da Ja, ich bin da Wir dürfen Echo nicht verlieren Kugel, guck mal ob du im Kampfboot bist Er ist bei Alpha Sorry, dass ich gerade ein bisschen abseits bin Ich hab gerade die Tuschis, äh, Störsmann-Bomboot ausgeschaltet Äh, Trapo Heli über Charlie Ist auf Charlie nach gelandet Wir kommen jetzt von der Brücke zur Delta Scouts ist noch da Wir haben Kommt gleich Bin drauf Scout über uns Echo, servt ihn los Zwei Elevys und ne Menge Infanterie Ach, Scouttäusch Dann lasst du bei Echo vergammeln einfach Ja, lass ihn vergammeln Wir holen Alpha Ich sag ja, die Speisen Scout ist bei Alpha Alpha Dach sind wieder Gegner und ein Echo-Spawn-Barkel Einem in den Lied vom Delta Die wissen nicht, wo es dann geht Google ein bisschen weniger reden Scout down Scout down Feindlicher Scout down Ach so, das hast du auch nicht gesagt Ja Dummer Scheibel Lebt sich lieber nicht Also bei Echo kann es nur wenigstens zählen Here is the Red Kick Pick it up Ich geh mal kurz raus aus Whisper Ich geh mal kurz raus aus Whisper Delta geht weg Ich guck was macht die Rede Dann kann ich aber ein Händler Ne, da kommt Da kommt LNV links LNV links Wo? Wo LRV nimmts? Hier weg Oh, die auf dem Eiferlach nerven dann Und so Genau hier Ab 2 von der Händler 4-4, guck mal Beide Händler Ne, aber ich hab ihn Händler Heads up Demi beziehten Got her LNV im Locker Mache unter dem Sniperdach hinten Richtung Echo Auf diesem Postdach Sind unten im Kellert Warren Lidde alles gleich Spawn gleich gut dann kann der rein Ich habe den Kokos aus der Squad Leader Das ist warum Kokos gehen wir raus in der Reine Springen vom AD Ja komm wir gehen, wir gehen mal Echo Ich bin abgesprungen, bin jetzt bei A Ich bin abgesprungen, bin jetzt bei A Ich würde vorschlagen zum A zu D Einen hab ich bei A Jetzt ist er aufwachsen Da wächst noch Echo oder? Alpha ist mehr viele Wenn ich einfach den Squad Leader Poster an eine bestimmte Person kann ich reizen Ja das ist einfach so schlecht Ich würde den Kugel noch eine Chance geben da weiter zu machen Kann ich einen Rep bekommen? Ich würde den Kugel noch eine Chance geben bei Alpha Wir machen hier weiter, es macht zu viel Spaß Es gibt Kapazität Äh Echo ist noch immer so beleuchtet Sender, geh mal bitte mit auf Echo Ach man Ach man Ey das bricht doch nix in dem Squad Leader in Grate Psst Auf dem Brot bei Echo Ich? Was soll ich das machen? Rausgehen aus dem Squad Ich Ja ist bei mir Die Grate ist relativ wurscht, ne? Echo Zu guter Lads Der Hälter ist hier nämlich niemand Kokos kommt wieder Kokos muss rein Kokos muss rein Pfff Infekt Oh jetzt ist alle Na egal jetzt ist alle da Außer dem Squad Scheiß egal Wir gehen jetzt weg und wollen uns das scheiß Ding machen Da ist halt maßlich Gegner schicken Post Sie sind Pfff Objekt Tö Ich wurde von Infekt gedötet Ich bin Passend Ja Matze sie kommen hier hinten hoch bei dir bei Bravo Treppenhaft Der ist Engdruck, jetzt endlich mal weg Charlie mit der Brücke schrubt Charlie und Bravo blieb Ok Ja, danke Raptor Ja, wir haben ihn auch nicht gekommen Also, Fahrzeug und Raketen raus Brenner, da steht oben bei Charlie auf dem ersten Oben auf der Brücke Mit der Raketen? Einer weg, oben auf der Brücke Ich hab zwei weg Einer richtig Ah, da ist noch einer bei mir, da wo ich bin, da ist gestorben Ich hab keine Brücke Ich hab keine Brücke Ich bin da Das Boot ist auf Echo gefahren Auf die Statue Die Pulsmisse kommt auf Charlie Sniperdach, Charlie Nein Mit drei Prozent Rechts oben Alex Da weiß ich wieder auch nichts mehr Lass ich das Boot fahren Lass ich das Boot fahren Kuhre, give it up Echo Ich bin im Flatrange rechts Alex, rechts Ich bin im Flatrange 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 Ja, ist eingezogen Am LRVV Bravo I got you medkit Ich glaube jetzt ist das clean, ja? Ja, ja, wir haben sich für das andere Boah Nase 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 Geht noch schluss LAV auf unserer Nase Ja Infanterie wieder schwimmt unter der Brücke LRV down So mal klirken wir jetzt Ziemlich Kugel, wir finden das Boot hat Nichts von hier in der Lack Jetzt in der Lack Ach, wir wollen noch ein bisschen Alarm auf Alpha machen Negativ Wir haben C, wir haben C Wir haben C Danke für den Hinweis, bin aber selbst da Kugel nach Charlie Strabo verteidigt Ja, wir sind so schön bei Alpha Wir ziehen Alpha Sehr gut Sehr gut Wenn du nicht gerade da seid, dann zieht Alpha Und wir ziehen Abspringer auf B Abspringer auf B Mike, Top fahren wir zu Alpha jetzt Äh, Infact Bleib bloß mit dem Echo Ja Raptor und du kennst da noch der Echo bitte Ah Bravo kann der Bus-Netzel Richtung Delta, also Richtung Delta, also Da Echo Da haben wir halt sogar Bravo Richtung Delta Auswerfen an der Faket Da schwimmen bleiben unter der Brücke Woa Was sind Trabo, sind das denn das gestern Vom Team Boa Flo das war ja nix Wir haben den Punkt eingesetzt Wir haben den Punkt eingesetzt Ich binz vorspringer Die sitzen alle aufs Ich binz vorspringer Die Infact Dann bitte mal verlegen und bei Brenda dann Alles wird aufs Wir müssen jetzt keine Ausflüge mehr machen Wir holen uns jetzt die Base Flaggen Die basic Flaggen Also, kannst du mich retten Kannst du mich retten, was soll ich machen? Ich retten habe hier Scheiße Wir hatten schon das Problem Wir halten jetzt Bravo, Charlie, Echo bis zum Ende Ich hab nichts mehr drin, Scheiße Ob Charlie zieht, also gehen wir zu Charlie, ganz lange Auf den hohen Dächern Richtung Alpha sind übers Frontwegen drauf Ein Amp-Track schlicht zwischen Charlie und Alpha B Da sind mehr Leute Da wollte ich ihr Flank So Squad live Schicken Bicke schlicht So, das war's für die Station Glaube ich Echo ist gar keiner Echo ist keiner Ich geh zurück Ich auch, Scheiße Ich hab ne genau gewusst, wo ich engst dran bin Das waren sie wahrscheinlich Jo Ja, die kommen zu Echo schon, Männer Bitten bei Echo rein Wir laufen weg zurück Ja Die kommen von der Pusse runter Da schwimmen sie, da schwimmen sie, da schwimmen sie Ich seh sie Ich hab die mal vieler zu Da kommen grad viele zu Echo Da kommen grad viele zu Echo Kugel zieh dich jetzt zurück auf Echo Einer hat bisschen gefressen Echo wurde angerufen An irgendjemandem Boot Irgendjemandem Boot Irgendjemandem Boot Schnell Ich seh kein Boot Ich kann auch weiter spawnen Ja Boot ist ein feines Hunt Ach 10%er, der Brian, der ist bei der Echo Flagge Ich bin bei E, wo war der Brian? Am A Linker Seite Ja, linker Seite, da kommen, wo sie alle herkommen Wir ziehen halt Ich bin in Flag Range Ne, wir haben einen bei Bravo, einen bei Charlie Ich bin tot Echo wird gezogen Ich bin tot Echo wird gezogen Nico ist ein L.A.B. Der ist noch spawnen bei Bravo Ja, 500 zu 50 Pass Gibt's ne One-Shot-Sniper auf dem Bild? Battlefield funktioniert nicht Danke Jo, gibts ne One-Shot-Sniper Wer hat's natürlich? Martin Auf Echo kommt der Fußmittel Ich hab kotz Okay, die beiden BC haben Fokus, halten Okay, wir gehen zu C und spielen wir drunter jetzt einfach Eine Flagge, Leute, brauchen mehr Wir brauchen keine Flagge mehr, das geht auch so Dann lass wir nicht Echo gehen Naja Stehen ist jetzt ganz individuell Kein Risiko angeht Ja Ja Da kommt so ne Trappo auf C Spot Trappo über B Drop Wir holen das Ding nochmal Ich glaub gibt's keine Gegner mehr Ja, das ist gut Und die Musikform Session vor, nächstes links Und ich bin auch wieder da Genau zum Finale Ja, genau Das lass ich mir natürlich nicht hingehen Bei den Wir haben es geschafft, Mann Schön, dass die Leute festgekriegen Ich brauchst den Sark Bitte nicht mehr einspauen Macht haben sie das nichts Guck mal macht doch mal den Endtrack weg Was? Barret uns mal ans Kreuz? Äh, der steht bei C da am Haus Pony, du musst hier weg Jetzt ist er down Das ist ein QW halt taub Glückwunsch Der schlechteren Seite besser gewonnen als auf der anderen Seite Nice Jawoll Absolut geil, Leute